Musik Zum Diakonierwerk Wien gehören eben auch drei Studierendenheime. Das ist einerseits das Albert-Schweizer-Haus, in dem wir uns gerade befinden. Nice to be here. The community is so cool. I got so many of my friends here. Musik Fabi steht für Familienbegleitung für Kinder mit Behinderung durch Inklusion. Wir unterstützen die Familien bzw. die Kinder mit den Familien und es vergeht eigentlich kein Tag, wo man nicht merkt, dass da ein Fortschritt da war. Die Live-Tool-Beratungsstelle in Wien hat sich zum Ziel gesetzt, für Menschen mit Beeinträchtigungen in technologischer Hinsicht Lösungen zu finden. Die Begleitung von Menschen im Alter steht für mich vor allem für hohe Lebensqualität, für Selbstbestimmung und Autonomie. Musik Es geht mir hier wirklich gut und ich habe ein neues und liebevolles Zuhause gefunden. Das Besondere ist vor allem, was ich sehr wertschätze, ist eben die individuelle Pflege. Und das Tollste ist bei uns im Haus, dass wir familiär sind und dass wir genug Zeit für die Bewohner haben. Musik Also ich finde besonders hier in der Hausgemeinschaft, dass man noch Zeit hat für die Bewohner. Also es ist eigentlich, muss ich sagen, das ist ein Vorzeigeprojekt, das ist da. Also ein Projekt, das ist ja da. Musik Das Diakoniewerk in Wien ist bunt. Es sind ganz viele Puzzleteile, die dann irgendwie doch zusammen gehören. In erster Linie Wertschätzung. Wir begegnen, glaube ich, allen Menschen, die wir begleiten, auf Augenhöhe. Es spiegelt sich auch in den Mitarbeitern wieder, diese Vielfalt und diese Individualität. Das Diakoniewerk Wien steht für mich für Vielfalt, natürlich, also in unseren Angeboten und auch von den Menschen, die wir betreuen. Das Diakonie